Im Winter 2006 bin ich mit meiner Tochter und meinem Vater unterwegs nach Marienbad. Es ist Weihnachten und wir wollen meine Großmutter besuchen. Als sie jung war, nannte man etwas Unbekanntes ein böhmisches Dorf. Meine Großmutter war Deutsche Böhmin und ihre Geschichte war der Beginn einer Reise in meine böhmischen Dörfer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017